willkommen zurück zu splatoon 3 let's go gespielen weil es ist ja wer cg sind an kampf muschel nicht mehr operation goldfisch genau operation goldfisch wir haben die kanone sehr gut ich würde aber gerne einmal nach dahinten werfen ja um die gegner nach hinten zu drängen was das war das lösch doppler ok sich zum ersten mal mit dem update kam ja einige neue waffen manche werden nicht selten gespielt was okay kommt und her ja ja wir kommen nicht wirklich durch gegen aber auch nicht ja hopp 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 komm ja wieso nicht komm 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 ja 77 immerhin nicht ideal was ich gemacht habe aber immerhin eine verbesserung hopp komm komm hier ja schade komm weiter na da komme ich nicht weg hier kriegt die mich kommen von allen richtungen ich bin der stopp gleich gut er spielt in der stopp gleich gut ja okay gegner fühlen der nervt bisschen mit dem stoppen kom zum kommt esqing ja kom weg ihr weg hier wie clubs danke wohl ja na ja das ist halt echt nervig mit seinem stopp aber muss man durch hilft ja nichts weil wir können es noch schaffen aber verdammt schwer ja komm her ja ja habe ich konnte ja sehr stark immer noch gute kombinationen mit sniper insel löschdoppler dann den blaster von weiter komm ja geht durch hallo danke ja ja willkommen hier noch mal dass mir auch egal ob ich drauf geht weil wir führen jetzt kann man die gegner wieder weg machen wenn möglich ja jetzt kommt ja aufpassen hier dann kümmere ich mich mal darum die nach hinten ja okay war jetzt nicht so erfolgreich ja wir müssen verteidigen ein anlauf kriegen die gegner noch oder ja okay nicht gehen von da nein 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 möglicherweise dass wir jetzt okay okay es ist es war knapp es war knapp es war knapp es war knapp aber es hat gereicht es hat gereicht auch wenn es am ende noch mal ja es war noch mal unnötig dass ich da das so spannend gemacht habe auch gut wir kriegen die acht punkte und wir gehen in die nächste runde wir haben in der letzten runde knapp gewonnen das wollen wir mal wiederholen vielleicht geben wir sogar deutlicher schauen wir noch was war das besser gesagt warum springe ich da drauf ja okay okay ja ich bin so gleich mal verlieren jetzt kommen wir müssen die gegner kriegen ja ja was soll ich alleine machen darf die gegner gehen kommen wir nicht mal nach unten okay ich bin ja nicht einmal nach unten gekommen nicht einmal bin ich dann nach unten gekommen das ist schon heftig haben sie sehr gut gemacht die gegner gut dann bis gleich jetzt kommen wir machen jetzt nicht den gleichen fehler wie vorher wird er schon gerne mit 15 punkten rausgehen komm 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 Ja, komm, let's go, ja, stark, komm, ja, komm, komm, ja, hopp, hopp, komm, ja, let's go, komm, ja, hab ich, sehr gut, wichtig, ja, haben wir, weiter geht's, oh, ja, schade, schade, aber wir haben schon mal die 34, das ist sehr gut, das ist echt gut, Gegner, komm, aber wie schnell, ja, okay, komm, ja, konnte ich noch stoppen, aber gut, wir machen auf uns in oben, ja, komm, komm, ja, zurück, komm, ah, Gegner führen, cool, wo, immer mehr seitlich, als ich gedacht hab, nö, ach man, Team, dann waren wir irgendwie als Team nicht beim Verteidigen, hab ihr versucht, die zu bekommen, aber gegen alle kann ich dann nicht angehen, naja, immerhin, wir haben das erste gewonnen, gehen mit 6 Punkten raus, ist jetzt nicht schlecht, immerhin, wir haben es gut gemacht, hoffe, hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, euer Rutschlumpf, tschüss. 서chall jangan ich